So, hier heute, heute Morgen auf dem Kochheimer Markt bin ich auch dafür, dass es kein Verzehrverbot mehr gibt und auch gerne eine Markterweiterung Richtung Schlossplatz zum Beispiel, dass noch mehr Wachstände hier in Kochheim da sein können und das Angebot attraktiver wird. Das ist ja zum Vorteil der Stadt auch. Absolut, richtig, genau.